Einfuhrzölle Die EU importiert Güter aus allen Ländern der Welt. Auf die Einfuhr von Gütern erhebt die EU Einfuhrzölle. Mit diversen Ländern in der Welt hat die EU Handelsabkommen abgeschlossen, wodurch bei Gütern, die in diesem Land produziert wurden, keine Einfuhrzölle erhoben werden. So besteht ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südafrika. Zwischen China und der EU besteht kein Freihandelsabkommen. In der Praxis funktioniert dies folgendermaßen. Wir nehmen als Beispiel Fahrräder. Wenn ein bestimmtes Fahrrad in der EU produziert wird, kostet dies 100 Euro. Die Produktion des Fahrrads in Südafrika kostet 50 Euro und in China 20 Euro. Bei der Einfuhr aus Südafrika sind aufgrund des Handelsabkommens keine Einfuhrzölle zu bezahlen. Bei der Einfuhr aus China sind 14% Einfuhrzoll fällig. Ungeachtet dieser Einfuhrzölle bleibt das Fahrrad aus China in der EU am günstigsten. Der durchschnittliche Einfuhrzoll, den die EU erhebt, beträgt 4%. Die Auswirkungen auf den Handelsverkehr sind nicht immer groß. Der durchschnittliche Einfuhrzolle bleibt das Fahrrad aus China.